Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zu Express und natürlich nochmal EJS. Das ist quasi heute jetzt nochmal speziell für EJS, denn ihr wollt ja wahrscheinlich, wenn ihr Server-Site-Rendering macht, nicht unbedingt wirklich alles in eine Datei reinschreiben. Also nehmen wir uns jetzt einfach mal an. Wir haben hier auf der linken Seite so eine Navigationsleiste wie auf YouTube, wo wir die ganzen abonnierten Kanäle sehen. Oben haben wir quasi so eine Art Navigationsbar, wo wir hinwollen. Und auf der rechten Seite haben wir sowas wie ein User-Menü, also quasi Profilbild und so weiter und so fort. Ihr versteht, was ich meine. Und das Problem an der Sache ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt hier oben irgendwie mal was mache, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, einfach ein Video anklicke, dann lädt ja eine andere Seite und ich gucke mir diese Webseite mit dem Video an. Wenn ich jetzt allerdings jedes einzelne Mal alles hier reinschreiben muss, dann habe ich in der Index.EJS meistens denselben Code. Gut. Das bedeutet, ich habe in meiner Index denselben Code wie in meiner User, weil ich natürlich die Navigationsleiste oben irgendwie jedes Mal brauche und vielleicht auch links und rechts. Und ich habe in meiner Video-Gucken.html oder halt Video-Gucken-Datei, habe ich dasselbe drin wie in den anderen Dateien und so weiter und so fort. Das ist schlecht. Denn wenn wir Code re-usen können, sollten wir das immer tun. Nun, das hat folgenden Vorteil. Ich zeige euch das mal eben, wie wir das auch machen tatsächlich. Wir bauen uns jetzt hier eine neue, also nehmen wir einfach mal an, diese Überschrift wäre unsere Header-Datei, ja. Also sowas wie die Navigationsleiste, das könnt ihr euch jetzt einfach mal so vorstellen. So, wir nennen die jetzt Header.EJS. Und ich schreibe hier einfach nur das Ding hier rein. Natürlich verschwindet das hiervon, ist ja klar. Aber ich kann das jetzt hier drin einfach inkluden. Und wir machen jetzt hier mal ein Prozent. Und hier dürfen wir uns entscheiden, ob wir das mit Istgleich oder mit Minus machen wollen. Ich zeige euch gleich den Unterschied. Dann haben wir hier ein Include. So, dieses Include benötigt hier den Dateinamen. Das heißt, ich muss hier natürlich angeben, ey, das Ding nennt sich Header. So, und ich möchte ganz gerne, dass das folgende Parameter bekommt. Nämlich keine einfach, einfach gar keine. So, wenn ich das jetzt hier reinschreibe und dann lade, dann sehen wir hier H1 mein SSR-Template. Das ist, als hätte ich das quasi als variablich hieran übergeben. So wird das auch verwaltet. Und in meinem Fall ist es natürlich, oder in den meisten Fällen, wo ihr ein Include macht, ist es natürlich extrem sinnvoll, das Ganze hier mit einem Minus zu machen, damit das auch wirklich interpretiert wird, ja. So, das bedeutet, ich kann mir jetzt hier drin sagen, okay, nimm doch bitte mal von woanders einfach den Code und pack ihn wieder hier rein. So, jetzt ist das extrem sinnvoll. In dem Sinne zeige ich euch sofort, wenn wir jetzt hier sagen, wir mal noch eine Datei haben, zum Beispiel video.ejs, ja, das ist jetzt meine Videodatei, und hier steht jetzt dann zum Beispiel ein Video. Machen wir einfach in stinknormalen Paragrafen. So, völlig egal. So, Paragraf. Und hier drin ist dann natürlich nichts, ja. Wenn ich jetzt allerdings auf eine zweite View gehe, und die Parameter brauche ich hier nicht, eigentlich brauche ich gar keine Parameter hier drin. So, und ich möchte hier natürlich das Video rendern, ja, das ist jetzt meine zweite View, einfach das mache ich unter Slash Video, Slash natürlich. Und wenn ich jetzt hier reingehe, dann habe ich natürlich hier meinen Header. Ist klar, meine ganz normale Startseite. Wenn ich jetzt hier unter Slash Video gehe, dann habe ich hier ein Video. Aber wo ist denn mein Header? Ich brauche ja meinen Header auch noch. Also packe ich den Header einfach hier in ein Video rein. Und das mache ich natürlich wieder hier genau gleich. Und sage hier Include. Und im Endeffekt keine Parameter, von dem her kann ich ganz einfach hier den Header inkludieren. So, wunderbar. Laden das Ding neu. Und dann sehen wir hier mein SSR-Template und dann ein Video, ja. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Navigationsleiste habe, dann wird die überall eingebunden. Und warum ist das jetzt besonders wichtig? Ich könnte doch einfach jetzt hier halt was machen, so das überall reinschreiben. Copy-Paste ist ja kein Problem. Das Problem ist, nehmen wir an, ihr wollt was an eurem Header ändern. Nehmen wir an, ihr habt eine Navigationsleiste, die zum Beispiel am Ende nicht mehr mein SSR-Template sagen soll, sondern meine SSR-Website, ja. Ist natürlich in dem Aufwand keinerlei Unterschied, ja. Aber wenn ihr, sagen wir mal, wirklich eine große Website habt mit vielen, vielen Unterseiten, mit vielen Navigationspunkten und so weiter und so fort. Und hier auch was reinrendert, irgendwelche Berechnungen vom Server macht und so weiter und so fort. Ja, dann wäre das ziemlich nervig, wenn ihr für jede einzelne Unterwebsite alles von vorne machen müsst. Und hier haben wir dann natürlich einfach nur diese eine Datei, wo wir Änderungen dran vornehmen müssen. Und der Rest, der inkludiert das einfach nur. Dem ist völlig egal, wie die originale Header-Datei aussieht. Der nimmt die einfach und zieht die da rein. Dementsprechend, wenn ihr mit Includes arbeiten könnt, weil ihr Sachen woanders hin und her kopiert, dann macht das. Das ist wie, wenn ihr sagt, ey, ich arbeite nicht mit Funktionen und müsst natürlich dann jede Funktion oder jedes Mal, wo der Code halt vorkommt, das Ganze neu schreiben. Das ist ein ähnliches Ding. Auslagern ist hier die Devise für Clean Code und für gute Wartbarkeit von eurem Code. Dementsprechend, ja, so gut wie es geht, eben auslagern. Und ja, dementsprechend war es das auch schon wieder mit den Includes. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Wobei ich noch hier anmerken möchte wieder, es gelten natürlich dieselben Security-Sachen wie letztes Mal auch. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dass das wirklich euer Code ist, dann nicht inkludieren. Ja, ihr müsst da wirklich zu 100% sicher sein, nicht irgendwas vom User inkludieren. Deswegen schaut euch bitte nochmal das letzte Video an. Okay, das war es von meiner Seite. Bis dann. Ciao.